Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC Analyse und zwar werde ich heute einmal kurz auf das Thema eingehen, was mittlerweile sehr viele Zuschauer von mir auch beschäftigt und zwar, ob Luka Tussard der größte Fehlenkauf der Hertha BSC Transfergeschichte ist. Ich werde heute darauf eingehen, ich werde thematisieren wie seine Leistungen sind und ob das Preis-Leistungs-Verhältnis auch wenigstens im Ansatz stimmt. Und ich würde sagen, bevor ich damit beginne, noch einmal ganz kurz der Hinweis, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Morgens zum Beispiel, ja, gibt es den Vorberechtigung zum Spiel gegen Greuther Fürth. Da gibt es einige interessante Fakten zu wissen und ja, darüber hinaus werde ich übrigens auch das Spiel gegen Greuther Fürth wieder mal in Form eines Watchalongs auf dem YouTube-Kanal-Stream. Ich würde sagen aber, fangen wir jetzt sofort an mit dem heutigen Thema. Ja, wie gesagt, heute geht es um Luka Tussard. Luka Tussard ist jetzt mittlerweile schon seit dem Sommer 2020 bei uns. Das ist jetzt mittlerweile schon so gut wie zwei Jahre her, als er zu uns gewechselt ist, nämlich für eine Ablösung rund um 25 Millionen Euro. Er wurde dann, als wir ihn im Winter verpflichtet haben, wurde er dann nochmal zurück zu Olympique Lyon verliehen, damit er dort noch seine Champs-League-Saison zu Ende spielen kann. Grundsätzlich kann man eben sagen, dass der Wechsel von Olympique Lyon zu Hertha BSC für ihn ein ganz klarer Rückschritt in der Karriere war. Jetzt von einem stabilen, ruhigen Verein, der öfters mal in die Champs-League oder in die Europa League kommt, zu einem Verein gewechselt, bei dem das Umfeld absolut instabil ist, bei dem, ja sage ich mal, es ständig zu Trainer wechseln kommt, bei dem natürlich aber auch sämtliche finanzielle Lagen einfach nicht geklärt sind. Und Luka Tussard hat sich uns angeschlossen, auch natürlich mit dem Hintergedanken, so hat er sich mal in einem Interview geäußert, näher an der französischen Nationalmannschaft dran zu sein. Und grundsätzlich erkennt man halt hier eben auch, dass, ja, dieser Wechsel nicht zielführend war. Seine Entwicklung ist nicht vorangeschritten, ganz im Gegenteil, er hat sich sogar ganz klar zurückentwickelt und er schafft es nicht mal jetzt, mittlerweile bei Hertha BSC, einem Verein im unteren Dritte der Bundesliga, ja, gegebenenfalls starke Leistungen zu liefern. Und man muss eben sagen, für 25 Millionen Euro haben wir ihn damals verpflichtet. Das ist der Top-Transfer, den Hertha BSC jemals gemacht hat. Man hat noch nie mehr Geld ausgegeben für einen Spieler aus einem anderen Verein. Wir haben maximal noch nicht mal so viel Geld eingenommen. Maximal durch Matthias Cunha haben wir 26 Millionen eingenommen und für Valentino Lazaro haben wir noch mal ähnlich viel Geld eingenommen, 20 Millionen. Und deswegen muss man jetzt hier ganz genau gucken, inwiefern der Transfer von Luka Tussard überhaupt damals gerechtfertigt war. Man muss eben sagen, als er in Olympique Lyon gespielt hat, hat er wirklich gute Leistungen abgeliefert. Er hat dort damals 165 Spiele für Olympique Lyon gemacht, war unangefochtener Stammspieler. Man hat ihm gesehen, dass er das Spiel an sich gerissen hat und dass er eine gewisse Spielidee umsetzen konnte. Aber wenn man einen Spieler, vor allem einen Spieler für sehr viel Geld verpflichtet, dann braucht man eben bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss. Man muss wissen, inwiefern ein Spieler in die eigene Spielphilosophie reinpasst, inwiefern das Preis-Leistungs-Verhältnis auf Dauer nachhaltig gestaltet werden kann. Und man muss auch wissen, inwiefern dieser Spieler sich nachhaltig in das Team integrieren kann. Dann muss man natürlich noch äußere Beeinflussungen, das heißt zum Beispiel das Lernen der Sprache mit Einberechnung und schauen, inwiefern man das Geld sogar möglicherweise in bessere Optionen investieren kann. Damals aus der Perspektive von Jürgen Klinsmann lässt sich das eher als Panik-Transfer einordnen. Man war im Abschließkampf, man hat Spieler gesucht, die auch in Zukunft sehr viel Euphorie loslösen werden, weswegen man auch in Zukunft gut aufgestellt sein kann und deswegen ist der Transfer eher entstanden. Man muss jetzt sagen, in 47 Einsätzen für Hertha BSC hat er mehr als enttäuscht. Er ist weder unter Pal Dada unangefochtener Stammspieler gewesen, noch unter Typhon Korkut, also bei Typhon Korkut ja gar nicht mehr. Und grundsätzlich lässt sich halt eben erkennen, dass dieser Transfer jetzt in der Situation, so wie er jetzt ist, absolut schlecht für uns war. Ja, was gibt es da zu sagen? Er hat 17 Bundesliga-Einsätze in dieser Saison für Hertha BSC absolviert, aber ja, das klingt grundlegend erstmal viel von 21, aber er hat grundlegend, muss man eben sagen, weniger als 45% der Spielzeit absolviert. Und das zeigt halt eben auch, dass er enorm oft nur rein rotiert ist ins Team. Er ist nicht öfters gestartet, er hat maximal mal Spielzeiten gehabt, jetzt vor allem unter Typhon Korkut, die nur eine Minute, zwei Minuten oder halt eben auch mal neun Minuten gingen, wo er halt eben in das Spiel rein rotiert ist für zehn Minuten lang, damit er dort einen Einsatz sammelt. Und grundlegend lässt sich halt dort erkennen, dass er keine guten Leistungen absolviert hat. Er ist öfters mal als defensives Mittelfeld reingestartet, aber auch mal als zentraler Mittelfeldspieler und auch manchmal als offensiver Mittelfeldspieler. Er hat gar nicht so richtig seine eigene Rolle im Kader gefunden. Und das zeigt es halt eben auch, dass er sich nicht auf Dauer bei Hertha BSC durchsetzen konnte, weil er sich nicht in den Kader integrieren kann. Und ein anderer Grund dafür ist natürlich auch die enorme Konkurrenz auf seiner Position. Er selber baut immer mehr von den Leistungen ab. Er schrumpft immer mehr sein Potenzial. Und wir sehen halt eben auch, dass da hingegen andere Spieler wie Santiago Ascaciba, den ich selber sehr, sehr mag, seine Leistungen sich immer weiter steigen, dass er sich immer weiterentwickelt und dass er im Gegensatz zu Toussaint ja täglich gute Leistungen absolviert. Denn bei Toussaint ist das nächste Ding, kein Spiel ist wirklich gut. Gegen die Bayern unterdurchschnittlich mit einer Bewertung von vier. Gegen Union auch nicht besser gewesen, auch nur vier. Oder gegen Köln, Dortmund, Mainz, Bielefeld und auch Union und dann davor nochmal Leverkusen. Kein Spiel war mal über die Note 3 hinausgegangen. Kein Spiel hat er an sich gerissen. Kein Spiel hat er ein wirklich gutes Spiel absolviert. Er war meistens immer nur so dabei. Grundsätzlich muss man sagen, er berührt pro Spiel rund 27 mal den Ball und macht grundsätzlich eine 77-prozentige Passquote. Das ist dann jedoch aber relativ gut für ihn. Nichtsdestotrotz muss man halt eben sagen, dass ein Tackling pro Spiel oder einmal 0,1 Mal Ballbesitz pro Spiel gewonnen eben nicht ausreicht für einen defensiven Moment. Dort ist Santi viel energischer, viel aggressiver. Und das lässt mich jetzt zu dem Fazit kommen, dass 25 Millionen Euro in Luka Tisa nicht nur fehlinvestiert waren, sondern komplett missinvestiert waren. Es war ein Missverständnis und man fühlt sich immer mehr betrogen von dem absolut hohen Preis, den man bezahlen musste. Zum Vergleich, wir haben in diesem Transferwinter für Marc-Oliver Kempf, Frederik-André Björkern und natürlich aber eben auch für Dong Zhongli insgesamt vielleicht 2 Millionen Euro bezahlt und haben damit eine enorme Qualität zugewonnen. Und jetzt, da zum Vergleich, haben wir 10 Mal mehr Geld ausgegeben für einen immer mehr schwankenden Luka Tisa und dann das, was wir in diesem Winter ausgegeben haben. Was lässt uns da ausschließen? Ein Verein braucht eine strukturierte und natürlich auch eine wirtschaftliche, sparsame Transfermethode, die mit Scouts und natürlich auch mit einem gewissen Kaderplaner, so wie er momentan vorhanden ist, einen Kader aufbaut, der den Hertha, der Hertha BSC wirtschaftlich auf Dauer stärkt. Und das ist wichtig und das müssen wir in den nächsten Wochen wieder angreifen und das müssen wir auch im Sommer weiterführen. Und die Taktik, wenig Geld ausgeben, damit wir mehr sparen können und viel Geld ausgeben für Spieler, die wir auch wirklich brauchen. Luka Tisa gehört nicht dazu. Ja, was lässt sich grundsätzlich noch dazu sagen? Luka Tisa ist natürlich auch der Spieler, der im Gehaltsgefüge ganz, ganz oben steht und das wird wahrscheinlich ein Grund sein, warum man ihn im Sommer abgeben möchte. Ja, an dieser Stelle würde ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut hier gerne in der Endcard nochmal das Video an über die größten Jugendtalente bei Hertha BSC und ja, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns tatsächlich morgen schon wieder. Bis dahin, genießt den Abend und haut rein. Tschüss!